ja ja ich würde mal sagen willkommen zurück zu die Sims 3 alle sind verreckt, let's play jetzt mal ernsthaft, ach hier ist er ähm da ja ich lange keine Sims 3 mal gemacht hab, äh zur Erklärung und zwar wir waren in den Urlaub gefahren die ganzen Jungs, also Worldstar wer war es noch, Hax 30 und Pader Sack, genau die hab ich an den Urlaub geschickt mhm coolerweise war der Urlaub dann rum und verdammt coolerweise waren sie dann alle tot wir haben es so erklärt, dass das Flugzeug übelst abgecrasht ist und ja und sie dann halt gestorben sind ähm, ne das, äh, Erwartungsbergreiseabend hat übelst die Backtrennen und ich weiß nicht, äh wann die die mal erneuern wollen sagt das jetzt ja ach ja äh, und, äh, das passiert dann manchmal, dass die übelst verrecken ich glaube schon wieder Schluss egal ja, hier sieht man, dass es auch wirklich, äh tot sein muss der Kunde weil es im Zölge wurde, wie andere sind, wenn es Gras hier besen hat ja dumm, jetzt hab ich nur noch zwei Sims und das nervt mich übelst na komm, nimm's hoch la 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 ich sag ganz gleich mal noch, die Flasche in Halswamm los, ab damit so, was brauchst du noch? oh, komm, jetzt nochmal, meine jüde alter, in den ganzen Rumpacken so ja, und weil man dann stinkt werden wir sie unter die Dusche schicken und dann wird sie was kressen alter, auch ein bisschen weniger alter na komm, na komm schon na lauf hier wird von Sarkoos keiner keine Konkurrenz machen ah, gottchen ah, gottchen das dumm ist noch äh, mit dem Pornersen zum Haus war das natürlich vier Abwechslungsreiche jetzt ist hier, äh tote Hose, wirklich richtig tote Hose oder ne, ich hab ja keine Hose mehr das ist einfach nur noch ohne Hose ich muss mir ein paar mehr Sims aufreißen oh wie sie guckt voll Psyche und so hm, egal los, gehen wir es erst auf wer hat denn die Kratze so laut, alter aus da geht Ruhe ein, da machen wir jetzt das an benutze definierte Musik und alter ah, nicht ausschalten, das wollte ich nicht lautstärker uch hm, scheiße, kocht, alter stößt weg pui pui spuck aus ok, ähm baladadam Dienste anrufen ja, 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 ja so wird ein Schub draus ja, ahn, was ich war auch nicht, ok ne, den brauch ich nicht, Babysitter ja, genau das das hab ich eigentlich schon einen Job ok so machen wir auch hier die Gäste eine wundervolle Stadt und besuchen und wer nicht so, wir machen, fang an da, 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 da so hm ja ich hab auch mein Sims jetzt aufs neueste ja, Updates äh was bis jetzt, ja äh ja, aber euch, wie ah, jetzt mal hat sich so viel noch nicht verändert so, jetzt suchen wir mal ja einen potentiellen Typi, der ja euch, wie nach was aussieht ja, hallo oh, Schmetterling ja, fang mal ja, fängst du Schmetterlinge, ja ja, wär's hässlich als dachte ich schon, hier steht einer aber, naja, okay ja, ja, okay ja, jetzt, alles klar, Junge, alles klar guck mal noch in den Eiers total öse ich hab die Stadt ausgerottet, Leute solle Sache ach, eine Bibliothek 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 na, Sender, hast du jetzt mal was oh, nein wunderbar wo ist noch was, ich weiß wo noch was los ist, ich weiß ich weiß es im Fitnessstudio im Fitnessstudio na, 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 na ja, ja ah, jetzt haben wir diesen komischen Freund da gekriegt immer genau ein Freund damit sie alle ein bisschen bin, oder? Gott, na na ja ok, achso, wir müssen hoch hallo, den rätest du erstmal an das war übert hässlich und so doch aber ich glaub den kann man noch ändern hoffentlich oh, das ist kein der, das möchte ich nicht lustig ok nein, du machst das alter wie geht das Kinder schon, na toll na, na na weil man so, ey, hier oben muss doch irgendwas rumtümpeln oh, das ist nicht euer Angst jetzt hier das Ding hier Agnes Knautschgesicht mhm ich setze nur noch die Videobeschreibung oh, scheiß die Bornawandern da läuft auch komisch keine Strukturen hat da drin was gegen hier egal mhm ich mach unter die Videobeschreibung meinen Dings hier drunter wie ist das komische Profil ich hab mich halt da nie mal das hab ich gesagt und das wär ich irgendwie druntersetzen Link oder so zu dem Profil falls es jeder oder so ich will mich nämlich ah, jetzt hat's doch toll der sieht doch gut aus den? ne, ne auch auf jeden la 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 la, was ist denn das hier getröstet wunderbar bla 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 h h h h kom, bisseh schneller ja wo knallen die Leute da so schnell los wop h h h h h h ja, ich hab schon ein Baby und mein Mann ist grad gekommen ah, du schlampe psch Na komm, na komm. Regional-Spiellehrer. Mein Baby geht es schlecht. Warum? Es stinkt. Naja, auf Körperpflege wird jetzt nicht so viel gesetzt. Profi was? Das ist ein was? Moment mal. Moment mal. Profisportler Karriere. Alles klar. Romantisch, fach mal mal nach Sternenzeichen. Unkompliment machen. Na alter, was rufst du denn jetzt da? Aber lässt sich da besser blau-dern. Ja und die Schlange bis den komischen Mais-Sim? Ziffel, er hat Ziffel, der ist der Mond. Yeah. Und er ist total grauenvoll und schrecklich. Oh mein Gott, wie gruselig. Ein Gesicht. Da ist wieder der Mais-Sim. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Oh mein Gott, da ist er wieder. Es ist dein Vater. Scheiße, ne? Die saufen wie im Loch. Und dann hat er tot sich total gefreut und so. Und dann? Und dann kam er riesen Geber und da dran hat er sich total auch verschluckt. Und da ist auch der Tod-Rofian und wurde versteinert. Ja. Und dann? Oh, war der, dein Vater war dann ödöd. Und da kam er doch das kramvolle Gesicht an. Und das meinte dann, ich werde zum Neid weiter rum büm 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 büm. Und dann war's fertig. Der junge Mann hatte sich scheinbar aus Angst, dass dieser Welt verabschiedet. Was? Bitte was? Wer? Ist jetzt die Sturm von der Angst? Oh mein Gott, ich piss mich ein. Die Geschichte war so gruselig. Nein. Anschuldig aus, man ist kommt total cool. Es geht mit dem. Das sind Freunde. Na ja dann. Die Zeichen sind kompatibel. Was ist der? Krebs. Alles klar. Alles klar, mein Mann, das Gemurlverwenden. Lalalalalala. Ne, das würde nicht. Der stinkt nämlich, du da und so. Ah, das würde wieder. Junge, alter, es muss man es nicht verstehen. Oh, der Verkirche, höre mir zu und gucke nicht weg, du kleine Schlampe. Ja, du weißt, 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 du weißt. Ja, ich mach dich grad dumm von der Seite an. Ja, ich merkte schon. Blumen geben. Gib ihm Blumen. Was gibt's denn, den Menschen, wenn du schläfst, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt. Oh, wie kann man sich das zweimal angucken, hallo? Jetzt noch. Meine, ja, mach mal romantisch und flotte mal deine Besetzung. Computer, flottest du. Alter. Das muss jetzt klappen, wenn nicht, dann ist er ja auch. Ne, um sich zu machen, muss ich rennen, oder was, was geht denn? Geistgeschichte schon ein Wetter? Die war mal, oh, die war mal nicht normal, ne? Ja, alter, yeah. Deprimiert, oh, sie ist deprimiert, die Ärmste. Also, hier mal mal pissen, ja, was? Wo gibt's, äh, ja, gibt's den Kühlschrank, total cool. Los und dann ganz eigentlich heimähen. Alter. Dann kannst du ja schon mal so schlafen. Ja, genial. Niemals. Alter. Und ich würd sagen... Ja, was sagt man da? Friss mal, genau, friss. Na, 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 na. Hm, vor Rekke dran. Hieb dein Mann und dein anderes Kremperi-Lumpe da. Kremperi-Lumpe? Oh, hier, die spätete, krass. Schach, ja, die alter. Hm, ist das aber schwer. Hm, jetzt hab ich auch was falsch gemacht. Yeah. Yeah. Jetzt, ja, die Schaut, die hat sich das, die das, die wir uns machen. Hm. Yeah, und die Maus fährt gar nicht vom Tisch und jetzt ist sie weg. Nein, nein. Oh, jetzt ist es weg, jetzt muss ich pingeln. So eine Schammer, aber auch. Ich geh zu meinem Baby, da bin ich schneller zu Hause. Ähm, alter. Was? Ey, du, Pedro. Sieht aus, wie du, Pedro. Ja, genau. Was tust du mit meinem Kind, Alter? Rotz es an, los, rotz es an. Was geht denn mit dich, hä? Du musst mal irgendwas Schönes finden. Oh, irgendwas Schönes. Kochen, genau, Kochen, jetzt mal. Oh, halt's Maul jetzt. Alter, Alter. Schascha, das ist nicht Schascha, das ist... Epicern, Junge. Vidi, 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 vidi. Oh, Freund. Hey, kannst du kochen? Nein, kann sie nicht. Yeah, das bin ich. Hoho. Los, machen wir mal, bis er ist Sturzjahn hier. Ich weiß, was habe ich das eigentlich in die Baut? Wenn sie alle verrecken. Das geht gar nicht. Was soll denn das? Ach, das ist ein Jewech. Die führt denn da hin? Ey, geil. Eine verlassene Schachtding-Spielfeld. Bumms. Ja. Das hätten wir uns da. Ja, okay, Schachtdisch kaufen, braun. Hm. Da wird das das Zimmer von den Kleinen. Aber nein, da hat er hier schon was. Ah, das ist Assi. Hm. Nein, wir werden sehen, wie für Zins wir dann irgendwann sind. Ich könnte ja noch welche erstellen und die dann hier drin mischen. Ja. Das ist das Angebranwitz, mich wahrst du. Oh, was willst du, Junge? Als Maure. La 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 la. Bibi-Lani. Ja, ne, nicht dahin gehen, oh, du selbst es. Verdammt noch mal, Alter. Sei ruhig. Ach so, du musst ja auch mal aufs Klöchen. Oh Gott, und dann kannst du den anrufen und dann kannst du schlafen gehen. Wie lange dauert das noch neun Stunden und auch noch das sind. Der hier zählte, da ist dreckig. Hm, so ein Abendsbuch. Ja, bam. Und dann sind wir übelst schon mit am Ende angekommen. Ich werde mich jetzt dran machen und ein neues Für-Let's-Play machen. Ja, ich denke, das erscheint mir voll sinnvoll. Ja, das war jetzt nur so ein kleines Zwischending, weil ich irgendwas zum Hochladen brauchte. Ja, da jeden Tag ein neues kommt, oder zumindest war es so, ich hab halt nämlich frei, deswegen. Also, sei zum Focken. Und das muss man ja irgendwie ausnutzen. Genau. Mach auf ein Die-Die. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, haut da rein und lernte bisher was für die Schule. Nee, macht's nicht, bringt nur Spaß. Bis dann. M? Mm. Ja.